Moin Leute, Trimax hier. Moin Leute, Micky hier. Trimax hier. Okay, geht. Wir haben heute was völlig Absurdes vor, was ganz, ganz krank ist. Wir haben hier ein 35.000 Euro Base Set English Unlimited. Das werden wir heute nicht nur einfach öffnen, sondern wir werden mit so einem kranken Display ein Box Break Battle machen. Das wird wie folgt funktionieren. Jeder wird sich jetzt hier gleich zwölf Booster draus auswählen. Wir werden dann den Wert oder die Beliebtheit, die Begehrtheit der gezogenen Holos zusammenrechnen. Und derjenige, der die besten Karten zieht, darf sich noch eine Karte von denjenigen abnehmen, der am schlechtesten gezogen hat. Das heißt, es könnte sein, einer zieht acht Holos, der andere nur eine. Es könnte sein, wir ziehen alle gleich viele, aber einer zieht Glurak. Und dann kann ich irgendwie, wenn ich Glurak ziehe, Micky noch einen dieser Floor-Holo abnehmen. Völlig, völlig krank. Wir werden ja heute einen absoluten Gewinner haben und einen so heftig gebrochenen Verlierer, was es in der Pokémon-History noch nicht gab. Glaubst du, es wird jemand gebrochen heute? Also heute geht jemand richtig zugrunde. Heute geht jemand richtig zugrunde. Wir haben alle, seit neuestem hatten wir schon die ganze Zeit unsere Box-Battles, wir haben ja alle das Regenbogen-Pikachu gezogen. Ja, sehr geil. Einige mussten mehr zahlen, einige weniger. Jetzt sitzen wir hier zum großen Finale, wenn man so möchte. Unfassbar, unfassbar krank. Sponsor von dem Ganzen heute. Und das ist unfassbar geil, dass die das ermöglichen können. Dickes, dickes, fettes Danke an Level Up, die das Ganze hier ermöglicht haben. Die haben jetzt auch gerade passend dazu, ging gerade los, eine 4-für-2-Aktion, die wieder eine Woche hält. Und einen ganz, ganz neuen Geschmack, den es nur während der Zeit gibt, der auch Stückzahl limitiert ist. Die beiden absoluten Bestseller, Nuclear und Galaxy, wurden zusammengepasst und haben jetzt einfach ein Nuclear-Galaxy. Wenn ihr euch einen holt, gönnt euch den. Cota fürs Trimax 2 oder? Allotrix 2. So. Support einfach den, wo ihr Bock drauf habt. Richtig. Also, was wir schon für Boxbreak hatten mit Level Up zusammen, ist Wahnsinn. Und das Ganze jetzt. Die Jungs haben Bock, das ist echt. Bester Partner, oder? Ja, die haben auch, die haben einfach viel zu viel Bock. Die haben viel zu viel Bock. Ich werde das Ganze jetzt hier schon mal öffnen. Ja, öffne mal. Aber Max, für heute ist es ganz, ganz wichtig, dass du hier folgendes zum Mindset. Jetzt versucht er mich wieder irgendwie zu berechnen, aber es klappt nicht. Ich bin nicht selbst froh. Nee, guck mal, du musst es ja so sehen. Beim letzten Boxbreak-Duell haben wir das mit dem Evolution-Set gemacht. Und da musstest du das Tür-Talk an mich abgeben. Und heute wird es genau so sein. Und zusätzlich, falls du noch nicht genug hast, kriegst du am 1.8. richtig schön einen auf die Schnauze. Chat. So funktioniert das nicht. PPG, aufschreiben hier die Schüsse. Ich halte mich zurück. Ich freue mich einfach, egal was kommt. Ja, sehr gut. Wir brauchen eine Schere. Das war's. Ja. Wir haben keine Schere, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hast du kein Messer oder so da? Oh, mein Gott. Kein Glurak am Anfang. 20 Jahre alt. Wer behält das eigentlich? Wer behält das so lange? Und macht das nicht auf? Das ist was ganz anderes als beim Evolution-Max. Ich weiß, das ist was ganz, ganz anderes. Das ist ganz schlimm. Dieses Guisa-Floor ist das Ding, was ich am allerdollsten ziehen möchte. Mit dem möchte ich euch nach Hause gehen. Ich brauche nicht unbedingt das Tut-Talk. Ich brauche nicht unbedingt das Glurak. Guisa-Floor ist mein All-Time-Favorite. Und diese Karte hier raus ist mein aller, aller, allerliebstes. Jetzt schon so ein geiles Event. Ja, Mann. Kuss geht raus an jeden, der am Start ist. Euch einen schönen Abend. Füße hochlegen. Das wird geil. Schnellt euch an. Genießt den Stream. Genießt den Stream. So ein Ding ist das. Moderatoren, ihr habt die Liste, welche Karte wie viel wert ist in PSA 10. Und so werden die Holos dann zusammengerechnet. Wir nehmen die Begehrtheit der Karten. Kann man nur so machen, anhand der Preise. Und dann werden alle Karten zusammengerechnet. Xing. Warte, 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 warte. Stopp. Wisst ihr, wie es geht? Hör auf. Erzähl doch schon, warum machst du denn nicht? Ich bin so lost. Ihr wisst, wie es geht, ne? Nein. Zu dritt Xing. Schere, Stein, Papier. Ja, natürlich. Okay, okay, gut. Alles klar. Spaß. Okay. Xing, Shang, Shang. Ja! Was? Wichtig, der Stein! Das ist die Faust. Ist das der Wut zu gewinnen? Raus, raus. Ich ziehe jetzt einfach das Glurak raus. Macht ihr. Ist doch gar nicht... Na, doch. Xing, Shang, Shang. Ich bin Zweiter. Ja, ich weiß. Okay. Du fängst an. Ah, jetzt hat er wieder seine Macht, sagt er. Oh mein Gott, ich spüre ein Ungleichgewicht der Macht. Ein Sith Lord sitzt neben mir. Oh, oh, oh. Hier war warm. Hier war warm. Oh, wow. Kein Scheiß. Oh, doch, da auch. Was machst du da? Das funktioniert nicht. Doch, da auch. Er hat jetzt alle Karten, warte mal ganz kurz, er hat alle Karten gerade in Dictris verwandelt. Oh Gott. Schnauze. Au. Ach so. Oh mein Gott. Das war der Musiker im Knochen. Aus der Hölle. Ich bin ein scheiß Magda. Oh, kann man immer meinen Arm riechen? Ach, was ist da oben drin? Ach, dein Gesicht, das ist so geil. Ich bin dran. Wo ist der Schaufler? Wo ist der Schaufler? Der Chat ist so geil. Hier ist er. Da ist der Schaufler dran. Geil. XXL Schaufler. So, was nehme ich hier? Ich nehme das Tourtalk, damit du nur noch, du hast nur Glurak Booster. Ja. Wie so ein Achtjähriger. Er hat sich zwölf Glurak Booster geholt. Ich nehme mir einen Glurak Booster, weil da ist ein Glurak drin. Ja komm, nimm. Nimm dir den zwölften Glurak Booster. Ich habe auch da Glurak gezogen. Ich erinnere mich noch mal. Ja okay, ja gut. Was ist, wenn ich jetzt Doppelglurak ziehe? Dann ist es vorbei. Dann löscht ihr euch, oder? Dann sind wir leise. Aber alleine... Dann halte ich komplett für immer die Fresse. Wenn ich Doppelglurak ziehe... Dann halte ich einfach die Fresse. Nein, dann macht ihr vor eurem nächsten YouTube-Intro Werbung für meinen Instagram-Account. Nein. Wenn du Doppelglurak ziehst... Wenn du Doppelglurak ziehst... Deal. Dann sagt ihr, folgt HelloTricks auf Instagram. Okay. Ja. So ein Ding ist das. Okay. Wenn du zwei Gluraks ziehst... Die Karten sind verteilt. Karten sind verteilt. Soll ich anfangen mit dem ersten Booster? Jungs, ich habe glaube echt viele Gluraks, Mann. Ich habe fast nur drei von hinten. Oh, ich bin nervös. Ich bin wirklich nervös. Max, du musst mir jetzt sagen, die von hier drei... Ich glaube ja. Boah, ich zähle Scheiße. Wo sind die normalen Hüllen? Ich bin aufgeregt. Boah, nicht schlecht. Schillock ist cool. Schillock. Das Gute ist, die Karten darfst du so oder so behalten, ne? Wir haben einen So-Ratz-Fratz. Wie dick da drin. Wir haben einen Onyx. Nebulak, nice. Wir haben einen Abra. Abracadabra. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ja, ich glaube ja. Wir haben einen Traumato. Ich schaue einfach da. Wir haben eine Blitz-Energie. Auge, da mache ich mal ein Auge auf deine Karten. Auge und dahinter kommt ja auch die letzte, ne? Ja. Das ist das Schlechteste. Scheiße. Das ist das Schlechteste. Das ist die Schlechteste Karte. Bei Sternow habe ich immer das Gefühl, dass ein Lora kommt. Bonita. Und jetzt, jetzt kommt es schon. Kann ich mal zwei Energie... Ja. Auge, Auge. Auge. Dahinter ist es. Ich zitter dann. Oh, was ist denn da los? Richtig. Was ist denn da los? Ja, geil. Wie willst du das? Guck dir sie an. Die Pipi-Puppe. Clary Fairy Doll. Junge. Digga, ich bin mir mit Schwarz vor Augen. Clary Fairy Doll. Clary Fairy Doll. Bruder, was ist denn? Rauch. Wasser. Erste Energie. Auge. Bei dir. Drei Augen haben wir bekommen. Und? Ist das der erste Holo-Hit? Scoop up. Scoop up. Scoop up. Das ist so bad. Digga, wie kann das sein, dass die drei... Alle drei schlechtesten gezogen. Aber ich feiere das wieder. Geil. Da ist noch nichts passiert. Geil. Scoop up. Dreimal Auge. Dreimal Trainer. Dreimal Auge, dreimal Trainer. Und richtig bad Trainer. Nee. Was soll denn das? Viermal Auge. Was ist denn das? Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, ist es schön. Scheiße. Und die Karte ist viel wert, weil es die nie im PSA 10 gibt. Deswegen, das ist ein Hit. Ja, das wusste ich sogar auch. Das ist ein Hit, das ist ein Hit, das ist ein Hit. Ein dicker Hit. Niki ist auch ein dicker Fisch. Dicker Hit. Dicker Hit zum dicken Fisch. Karte ist PSA 10, 750. PSA 10, 750 Euro. Das Booster ist plus minus minus null. Ja. Wieder Auge. Auge? Warum? Bis jetzt jedes Mal. Aber aus der Karte kann auch eine Hunde kommen. Da kann auch... Oh, komm schon. Bitte ein Hit, bitte ein Hit. Oh, bitte. Ich wünsche es mir, ohne Witz von... Ich wünsche es mir von uns allen am meisten. Halt! Maul! Oh mein Gott! So ein geiles Pokémon. Alter! Oh, was? Was? So wunderschön. Eins der schönsten Pokémon. Was ist die wert? Wie gut ist die im Ranking? Oh, ja! 2.500, stimmt das? 2.500, stimmt das? Oh, Mannu! Piss dich, Mann! Ah, er ist schon 1.500 voraus, Bruder. Naja, bei dir bin ich 2.500 voraus. Weiter geht's. Carsten ist dran. Hast du dir schon dein Pack ausgesucht, Carsten? Nein. Nimm es weg! Ich muss mich hinzunehmen. Nimm es weg! Nimm es weg! Aufrutschen! Ich nehme jetzt mein einziges Bisa-Flor. Okay. Vielleicht breche ich damit Max. Oh, Arcani-Guy. Arcani, so ein geiles Pokémon. Ist das nicht schon die Rare? Trick vergessen! Kartentrick vergessen? Ist das die Rare? Hast du Kartentrick gemacht? Ich hab doch Kartentrick... Nee, das war in der Evolution. Evolution war es in der Rare. Bruder, ich hab grad... Mein Herz ist grad bis zum Erdkern gerauscht. Guck mal, wie der Auge macht! Der macht auch richtig Auge. Wie geil ist das Artwork eigentlich? Oh, ich glaub das... Oh, das wird gut! Ich glaub ein gutes Gefühl. Da kommt wieder Auge. Wir haben jetzt ja beide eine Hude. Auge! Warum immer Psycho-Energie? Ich will nicht mehr! Wir haben jetzt ja alle eine Hude, außer du. Oh, aber... Was? Nein! Das darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Das gibt es nicht! Das ist so wild! Ich bin raus! 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 Ich muss mich hinsetzen. Ich krieg... Schlaganfall oder so. Ich bin raus! Ich weiß es nicht. Ich bin raus! Du kannst nicht mehr verlieren. Ich bin raus! Du hast es. 30k... Ja, ich weiß, dass das 30k... Man kann die nicht mehr einholen. Das ist, weil ihr am Anfang so Schüsse rausgehauen habt in der Hunde. Versuch sie ein bisschen... Versuch mal, ich will die nicht anpassen. Mach zwei. Guck mal, ob da Findlines drin sind. Ach du Scheiße! Die haben so Auge gemacht auf meine Glurak-Booster. Und weißt du was? Weißt du, wo es drinne war? In meinem einzigen Bisa-Flo-Booster. Echt? Verstehst du? Und du hast alle Bisa-Floos! Und er nimmt eins! Und er kriegt sich mit sowas! Umgekehrte Psychologie! Michi, ich muss dir einen Bussi geben. Ich hab dich passiert. Ja, gib mir einen Bussi. Ja, geil. Nimm mich mit. Digga, das ist... Das ist so krank. Ist ein Pro da? Irgendwas, der sagen könnte, ob zwei drin sein können. Es können zwei drin sein. Es können zwei drin sein. Bitte gib mir einen Sleeve. Bitte gib her. Ich kann es nicht fassen. Das ist... Ich erwarte nichts. Und krieg so viel. Ich fang grad... Ich wein fast gerade, Digga. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Digga, ich krieg grad feuchte Augen, Bruder. Ich erwarte nichts und krieg so viel. Wie kann das sein? Ich hab dich so getrasht, Hock, dass wir beide ne Holo haben und du nicht. Jungs, es war grad frei. Wirklich, ich lüge mich nicht an. So kurz davor. Ich zeig's dir im Chat. Ich hab grad fast angefangen zu weinen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich hab's gesehen. Ich weiß. Du hast es, Carsten. Scheiße. Womit denn? Du hast es! Womit hab ich mir gesagt? Das kommt einfach von oben runter geflattert. Digga, ist das krank. Stell's dir zuhause hin. Ich liebe euch. Ich dich auch. Ich bin wirklich so glücklich. Lass es graden. Praxis her, in diese richtig geile PSA-Hülle. Ich lass graden und es kommt nach eineinhalb Jahren. Und weißt du was? Das verschwindet einfach. Aber weißt du, was richtig geil ist? In fünf, sechs Jahren wirst du's angucken und dich immer noch an den Streaming erinnern. Den hast du immer noch. Und deshalb ist es so geil dabei zu sein. Ja. Weil ich werd nie vergessen, Dark Lurak. Ach Digga, du hast doch schon das Dark Lurak gesagt. Das hast du noch das Lurak. Ja, der zieht nur Luraks. Holy shit. Das ist normal bei denen. Das sind Momente, das werd ich vielleicht meinen Kindern und Kindeskindern erzählen. Du hast die Karte noch mit 87 und kannst sie in der Hand halten. Ich hoffe, ich werd mit 87. Safe. Es gibt geile Lurak-Artworks. Ja. Das war die erste Generation. Das ist das Soji. Das Glurak. Und schau mal, wie der Typ auf Kacke haut. Jaja. Der macht's so ernst. Der macht Feuersturm, Flammenwurf. Alles. Alles. Der ist so angepisst. Ist das geil. Noch ein kleiner Funfact. Glurak war eins der wenigen Pokémon, was Schlitzer konnte in der ersten Generation. Und Schlitzer war in der ersten Generation verbuggt. Schlitzer soll ja eine erhöhte Chance auf ein Volltreffer haben. Aber in der ersten Generation, in der europäischen Version, hat Schlitzer immer gekrittet. So. Und deshalb war Glurak auch ein Mutterf***er, weil sein Schlitzer immer gekrittet hat. Krass. Das wussten wir damals aber nicht, dass es ein Bug war. Mit scharfen Krallen. Und deshalb krittet sein Schlitzer immer. Heftig. Alter. GG. Es ist so schön. Pflanzenenergie. Und wieder das Auge. Auge. Und? Ich tank für dich. Er tank für dich. Kein Problem. Ich tank für Micky, Jungs. Danke. Ich tank für Micky. Kuss. Geil. Ich muss sogar sagen gerade, ich find's schön. Ich find's schön, weil ich getankt hab. Es ist widerlich. Ich find's so schön. Es ist. Ich hab all meine Dictris Micky geschenkt. Eine widerliche Karte. Mach sie weg. Micky hat zuhause insgesamt 15 Kilogramm Dictri Karten. Und Dictor. Wir haben noch keinen Glumanda. Ohhhh. Widerlich. Jetzt fehlt eine Dictri für Set. Das ist das Dictri der Lüfte. Ich hab aber einen Dictor bekommen. Ohhhh. Das tut so weh. Das Dictri der Lüfte. Ich kann nicht mehr. Ist doch gut. 1 Euro. 1 Euro kostet die Karte. Jungs, ich bin doch schon leer. Warum müsst ihr denn so nachzahlen? Das ist real. Wild, wild. Oh, scheiße. Bruder, was ist hier passiert? Ohhhh. Oh, scheiße. Oh, shit. Auge Lega und Abra. Das war so schwierig zu fangen. Ziehst du noch den Holen oder was? Nee, nochmal. Elektro Ball. Ich tank nochmal den Elektro Ball. Aber das ist kein Problem, Jungs. Ich zieh noch 5 Dictris und 5 Elektro Balls. Das ist alles gut. Höre ich Nasenwitze? Oder sind die euch vergangen? Schon geiler Zenken, das Traumato. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Ah, Digga, jetzt schildern. Oh, die Schilder. Was ist los mit dir? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach, Digga. Es tut mir leid. Ah, Digga, Garados. Was ist da? Oh mein Gott. Das, Digga, ist Garados. Alter, was ist das? 1.100. Okay, neuer Zwischenstand. 750. 2.500. 31.100. Miki? Es schüttelt mich. Es schüttelt mich. Es schüttelt mich. Das ist so gemein. Das ist so gemein, Miki. Das darf doch nicht sein. Das darf doch nicht sein, Miki. Das darf doch nicht sein, Miki. Wasserenergie. Komm schon jetzt. Es muss der Hulu sein, sonst macht alles keinen Sinn mehr. Ich drück die Daumen, guck. Ich drück auf die Daumen, guck. Ich drück auf die Daumen, guck. Oh, Reitschub! Du Augeleger! Du Augeleger, du! Geil! 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 Au! Abgebrochen! Geil! Geile Karte! Ich hab dich vorhin gefragt, ob ein Reitschub drin sein kann. Was ist die Wert? 2k. Du Cloud. Guck mal, wie lang der Schweif ist. Aber sie könnte mir ja abgenommen werden, ne? Oh, okay. Ich erinnere mich sogar, in dem Pokédex-Eintrag steht, dass der Schweif fünfmal so lang ist, wie das Reitschub selber. Geil! Und bei dem Balz-Ritual schauen die Frauen auf die Größe des Schweifes. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das steht im Pokédex. Ungefähr so. Ich weiß nicht mehr eins zu eins, aber ungefähr so. Megageil. Wer sich das auch ausdenkt. Du musst dir die Karte ganz genau angucken. Nein, Max, das mach ich nicht. Guck dir die Karte ganz genau an. Denn das ist die Karte, die du Micky abnehmen wirst. Das war dein Päck hier, oder? Auge. Das Auge. Feuerenergie. Komm, Max. Ja, das Dichtri der Lüfte. Und du bist letzter. Sieh zu, dass du verschwindest. Sleeve deine Karten. Aufrutschen. Und weiter. Die Kamerschelle. Ich hör's klingeln. Aufrutschen. Aufrutschen. Er macht so Druck. Weiterziehen. So, sleeve deine Karten. Du hast das Set. Du hast das Set. Glückwunsch. Das ist das erste Glutexo heute. Tatsächlich. Richtig geil, Carsten. Du hast das Set. Jetzt auch mal ne richtig schlechte, bitte. Ne richtig schlechte auf dem Hut. Versprichst du mir das? Guck mir die Augen. Du versprichst mir ne richtig schlechte Karte. Ne richtig schlechte. Ich kann es nicht versprechen. Aber du gibst dein Bestes. Ich geb mein Bestes. Gibst du echt dein Bestes? Ja, guck, da hast du schon das Auge. Ja, aber gibst du dein Bestes. Ich geb mein Bestes. Zieh jetzt noch was richtig schlechtes. Ich geb mein Bestes. Ich mach richtig zackig. Hey. Was? Was? Das ist so dumm. Das ist wirklich dumm. Ich hab's gekonnt. Ich hab dir gesagt, du ziehst doch statt. Das ist wirklich dumm. Ich bin raus. Max ist nicht gebrokt. Du hast es mir versprochen. Ich geb dir ne Massage, Bruder. Als wir das gut machen. Du kannst dich die zwei besten Karten ziehen. Das geht eigentlich richtig. Das ist illegal. Ich werde abgeholt von euch. FBI gleich. Max, aber das Bisa Floor ist immer noch auf Taschemasche. Du wolltest dein Bestes geben, Carsten. Ich hab mein Bestes gegeben. Das ist nicht das Beste. Das ist die Zweitbeste. Du hast gesagt, du ziehst was Schlechtes. Der, wie kann man denn Tourtalk und Glurak ziehen? Wie viel kostet das? 10.000, ne? Bisa 10? Okay, Carsten ist jetzt bei 41.100. Meine Wenigkeit 2.500 Dollar. 2.750 Dollar. 41.100. Jungs, wie krass müssen grad die Leute im Level-Up-Office... Ja. Die biegen sich im Stuhl. Das, Digga, das... Ich glaub, Nils ist raus. Ich glaub, der ist tot. Ooooooooh! Es kann nicht sein! Och, Digga! Illegal! Gibt's nen Mewtwo? Ja. Ja, ja, gibt es. Mewtwo ist so geil. Auge? Auge! Und? Oh, die Karte ist wichtig. Bitte ne starke Holo. Ich vereine euch, dass die Freundschaft... Ey, ey, ey. Nicht so wackeln, nicht so wackeln. Ooooooh! Okay. Holo! Es ist ne Holo! Wie teuer? Not sofort... Pixi, Pixi, oder? Wie begehrt ist die? Du hast ein rosanes 2.500 und nochmal ein rosanes für 2k Doppelrosa. Digga, das ist stark. Wieso ist die denn so viel? Das wollte ich auch grad fragen. Weil die so selten ist im PSA 10. Ich lass mich ziehen. Nee, Carsten ist dran. Ah, Carsten! Oh, nein! Oh, Carsten macht das wieder wie so flott. Nein! Boah! Micky, gib mir eins, bitte. Ich versuche, mir Mühe zu geben, nichts Gutes zu ziehen, aber mir gelingt es wahrscheinlich nicht. Was? Nee, das kannst du nicht sagen! Nee, das musst du für die Überzeugung! Nein, du musst einfach sagen, ich gebe mir Mühe, dass ich nicht das Beste ziehe. Du gibst dein bestes, richtigen Trash zu ziehen. Ja. Kommen wir mal so eine Pipi-Pippe. Ich hätte gern nochmal einen Diktri. Nord-Holo. Für Micky. Zum Gegen-Tanken. Komm schon, jetzt keine... Das darfst du... Wieder Holo. Die schlecht... Trotzdem 700. Ich fass es nicht. Wieder drauf. Es ist die vierte Holo. 4 steht für Lifestyle. Glaubst du, ich komm noch auf die 44k, weil 4 steht für doppelten Lifestyle. Komm schon. Zeig her, Micky, komm. Zeig, was hast du? Was hast du? Nochmal! 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 Micky, was machst du denn? Das ist so schlimm. Micky, dich weinen, bist du nicht, Bruder. Es läuft nicht, Mann. Micky, was ist denn das? So, noch ein Holo. Hier kommt sie. Dann nicht mehr. Hab ich schon einen Volcano? Gibt es eigentlich auch eine Kar... Du hast jedes Set... Gibt es eigentlich... Gibt es eigentlich... Habe ich eigentlich das Set schon? Oh, zack! Noch ein Set! Gibt es Akani im Holo? Ja! Glumanda! Nebula? Augeleger? Doppeltauge? Safcon? Keine Holo, du hast uns das versprochen. FСH! Ja. Einfach mal. Danke. Danke. Danke, danke. Wichtig und richtig! Hihiihi! Hohi! Machst du auf? Das kann doch nicht sein! Was soll das? 오! Digger stell dir vor... Die dice-foot ist eindeutig zu hoch. Hat es schon dick힐 oder habe ich einenكね? Er hat noch keinen dickTrad. Du hast den dicktrad getankt. Digger du hast ein Set, du hast ein Set. Nein Micky, Micky nimm das Set in die Hand. Micky greif zu. Nein Micky, Micky, Micky nimm das Set in die Hand. Micky du hast ein Set, du hast ein Set. Du hast aber noch die Energie. Du kannst angreifen. Greif an, greif an. Warte, wie viel macht die Altacke? Zehn! Dick! Zehn! Dick! Das ist Schaufler. Dick! Dick! Schaufler mit zehn Damage. Das hat 30 Leben. Das ist richtig schlecht. Micky, nimm das Set in die Hand. 30 Leben und ein Zehnerangriff. Das ist illegal schlecht. In den Pokémon-Editionen kann sich das wenigsten einbuddeln. In dem Kartenspiel ist das einfach nur Schmutz. Oh Scheiße! Alter, pass auf! Sorry, sorry, sorry. Die letzte Karte. Bitte keine Holo. Du darfst... Hä? Karten trägt verkackt. Ups! Oh mein Gott! Hä? Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Ne! 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 Einfach nie! Ne, du ziehst alle drei Starter. Alleine, dass alle drei Starter ein Display sind, ist unlogisch. Ne. Und dass du sie aus zwölf Mustern ziehst... Ehe egal. Ehe egal. Er ist so sauer. Oh mein Gott, Chad, ich hab reingeschissen. Chad, ich hab reingeschissen. Max hasst mich. Du hast es versprochen, Karten. Ja! Du hast es versprochen. Digga, er zieht das Glurak und er hat versprochen, dass er nach Freize zieht. Er zieht Bisa-Floor und Tourtauf. Das gibt's nicht, Chad. Aber ihr habt mich hypnotisiert oder so. Das passiert hier gar nicht. Das träum ich, oder? Digga, das ist zu krank. Aaaaaaah! Das war voll brutal. Nein, das war wirklich ein Tüten-Lineral. Tut mir leid, das hier. Guck mal, im allerschlimmsten Fall. Das ist nicht mehr witzig. Ich hab hier einen Bisa-Knoss für dich. Ja, aber mir macht es grad keinen Spaß. Du ziehst noch einen Bisa-Knoss. Nein, mir macht es grad keinen Spaß mehr. Jetzt kommt es lang, dass ich schlechtes Gewissen habe. Ich sehe deine riesige blauen Augen, weil das wolltest du. Also drei Starter ist... Also auf zwölf Boostern? Du weißt ja nicht, wie die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich. Ich nehm... Nee, ich akzeptiere die Pull-Rate nicht. Ich nehm die Karten mit und das Bisa-Floor vergesse ich hier. Das können wir nicht machen. 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 Nein, das können wir nicht machen. Ich vergesse es hier. Was willst du machen? Das können wir nicht machen. Ich hab Angst, dass mein Glück aufgebraucht ist und dass ich einfach vom Blitz getroffen werde. Oder irgendein Komet auf mein Kopf, auf mein Haus fände. Du musst dich jetzt auf jeden Fall aus allen Boxbreaks zurückziehen. Zieh dich zurück, Carsten. Zieh dich zurück. Wenn ihr wollt, können wir auch abbrechen. Der Zug ist ja schon abgefahren. Und ich nehm einfach von euch beiden die Holos auch noch mit. Zap, zap, zap. Du gibst das ganze Display einfach. Carsten braucht für seine Hause wegen Personenschutz. Digga, lass du ihn hier. Die lässt du doch nicht hier. Bist du bescheuert? Die lass du nicht hier. Konita? Ja, komm. Ayo, guten Morgen! Schon noch ein Fest. Mann ey, Max ist ja auch einfach fies. Die Diktar- und Diktikquote ist eindeutig zu hoch. Ich bin bei 4.500, du bist bei 2.750 und jetzt bitte keine Holo. Mewtwo. Mewtwo. Schön! Geile Karte! Geile Karte! Geile Karte! Geile Karte! Sehr gut, wichtig! In der ersten Generation konnte man sich richtig früh... Wie viel ist die wert? Nido ranfangen. Entwickeln mit Level 16 zu Nido... Rino. Rino. Und dann mit dem Mondsteinberg... Das kann ja nicht sein. Drittschlechteste. Komm, Nido, ein Turm da wo... Digga, das ist dein viertes Pikachu! Ich hab null! Guck in die Kamera und sag, dass du dir Mühe gibt, was Schlechtes zu ziehen. Keine Holo. Egal was ich dir sage... Willst du ein Holo ziehen? Nein! Gibst du dir Mühe! Sag, dass du dir dein Bestes ziehst! Ich möchte keine Holo mehr ziehen. Okay. Digga, das ist so krank. Das... Das ist so krank. Ich will nicht immer illiger sagen, das ist einfach gestört. Das ist so bescheuert. Das ist echt bescheuert. Oh Gott, Michi weint gleich gleich. Mir ist kurz schwindelig geworden. Ich wusste gar nicht, dass da ein Zapdos drin sein kann. Achso. Achso, ja. Das ist einfach... Ihr dürft die Pullraten. Du hast Quapo, Zapdos, Garados und alle drei Starter. Ihr dürft die... Du hast sechs Holos und du hast noch zwei Booster. 50% Hololack. Mehr! Bisher! Wenn ich keine Holos mehr ziehe. Du hast aus zehn Boostern sechs Holos bekommen und die drei Starter. Danke an Level Up, dass sie das ermöglicht haben. Unfallweilers Event. Hier wird gerade wirklich, ohne dass wir das geplant haben, das hätte ich nie für möglich gehabt. Hier wird gerade Geschichte gespielt. Ja, Pokémon-Geschichte. Ja. Neun Booster, drei Starter. Ich glaube, wenn ich auf meiner Switch anfange, Pokémon zu spielen, mein Starter wird einfach ein Shiny. Ja, ja. Auf so einer Lackschiene bist du. Wir könnten auch bei Subway bestellen. Da kann man nämlich immer noch eine extra Portion, wirklich, das geht, eine Portion Salz dazu bestellen. Ja, das nehme ich. Ja? Für uns doppelt Schinken. Und für dich Salz. Ich nehme doppelt Fleisch und du nimmst achtfach Salz. Ja, ich nehme achtfach Salz dann. Chad, ist Thrymax nicht einfach der Beste? Achtfach Salz? Achtfach Salz? Das hat noch nie jemand da bestellt. Ja, dann sollte ich der Erste sein. Die rufen an und fragen, ob du dich verdrückt hast. Und dann sagst du, ah nee, sorry, ich wollte zehnmal Salz. Du rufst doch mal im Nachhinein an. Entschuldigung, das war ein Fehler mit dem achtfach Salz. Ich wollte zehnmal Salz. Weil ich habe gerade so scheiße gezogen und ich müsste noch meinen Reitschuh abgeben. Zieh deine Scheißkarten. Die viertbeste könnte Mewtwo sein oder halt ein Duplikat. Würde super schmecken. Ja! Ja! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das ist es! Das ist es! Mewtwo Hulu! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geil! Oh mein Gott! Einpacken! Jeder wurde in Generation 1 von ihm auf Level 70 so verprügelt. Oh mein Gott! Und bevor man ihn nicht geschwächt hat, konnte man ihn nicht mal fangen mit Hyperbellen. Sondern der Ball hat er nicht getroffen. Oh mein Gott! So ein geiles Pokémon. Das stärkste Pokémon der ersten Generation. Ja, Mann! Tatsächlich sogar stärker als Korak. Das ist auch die stärkste Karte, um Miki zu besiegen. Sehr effektiv gegen Miki. Extrem effektiv gegen Kickdass. Miki kann nur noch gewinnen, indem er einen der drei Starter in ein Duplikat zieht. Ja, das fünfte Pikachu. Ich habe keinen Pikachu gezogen. Kein einziges. Da würde ich eigentlich noch so einen Rock... So einen Reitsche würde ich fühlen. Guck mal. Carsten hat ja heute das... Also mehr Glück geht gar nicht. Nee. Ich hatte einen Booster ausgewählt und Carsten ist dann mit der Hand da drauf und ich meinte, Carsten lass mir das. Und ich hoffe... Ich wollte das eigentlich wählen am Anfang. Genau. Ganz am Anfang. Stimmt. Ich hoffe, dass hier in meinem letzten Pack das Glück von Carsten rüber gewandert ist und ich jetzt einen dicken Banger in diesem Last Pack Magic habe. Wie viel bist du vorne? Wie viel bist du vorne? Weit. Ich bin jetzt bei 6.500. Du bist bei 3.500. Echt. Du kannst nur noch gewinnen. Du bist fast doppelt so weit vorne. Er kann nur noch gewinnen, wenn hier ein Starter drin ist. Starter Banger und du darfst... Das kann... Da hast du noch zwei? Ich habe noch einen. Ich mache es so. Grün. Das ist jetzt ein Visaflorulo und alles ist vorbei. Zieh hoch. Nein, nein. Ich kann nicht. Doch. Wie bad. Blast du auf. Dieser Floro. Hat er nicht schon ein Bibo? Ja, natürlich hat er schon ein Bibo. Guck dir mal an. Das hat nicht mal Hände. Digga, wie soll das Ding irgendwas in die Hand nehmen? Das hat zwei Nahkampfstachel. Das kann nicht mal dein Ding hier halten. Nimm die Flasche Wasser. Trink was. Wie macht das Bibo das? Das macht ein Stichränder. Dann läuft die Flasche aus. Also welche Karten... Wenn du jetzt dann... Das Abgeben kommt gleich. Aber wenn du die eine aussuchen müsstest, welche du abgibst davon? Das Magnetorabgeben. Ja, okay. Du musst gleich entscheiden. Also ich bin der drittplatzierte und das sind meine Holos, die ich gezogen habe. Das ist die zweit- und die drittschlechteste? Die zweitschlechteste. Die drittschlechteste. Und ich habe eine gute Karte gezogen. Das ist auch die Karte, über die ich mich richtig gefreut habe. Das war das Raichu. Aber ja. Ich lande mit meinen drei Holos. Weil diese Karten so selten in Fees A10 zu kriegen sind, sind sie so viel wert. Geil, geil. Ich lande bei insgesamt 6500 Dollar. Wenn alles Fees A10 ist, sind es nicht. Das ist hier brutales Geldverbrennen. Mach es nicht zu Hause nachzuschauen. Nicht die beliebtesten Pokémon. Aber die Hixi und wertvoll. Schanera aber einfach so geil. Wertvoll. Und dann noch Mewtwo. Ohne Witz. Ich finde Magneton und Nidoking viel, viel geiler als die Karte, als die Clefairy. Ja. Aber diese ist einfach so selten. Einfach 2K. Oder? 2K. 2K. Und dann auch noch Mewtwo. Dass du einfach Mewtwo ziehst. Jetzt. Meine Damen und Herren. Ich will gar nicht. Jetzt ist Carsten dran. Jetzt ist Carsten dran. Jetzt ist Carsten dran. Und jetzt mal alle ganz kurz Ruhe. Carsten hatte zwölf Booster. Es ist verdammt unlogisch, dass ein Glurak, ein Turturk oder ein Visaflor drin sind. Und er zieht aus zwölf Boostern alle. Alle drei Starter. Und dann ist nicht genug noch ein Quapo, noch ein Zapdos, ein legendärer Vogel. Das habe ich ja gar nicht mehr. Und noch ein Garadus. Und noch ein scheiß Garadus. Du hast alle drei Starter. Das ist das Ding. Und bei den beiden Startern habe ich ein Set. Bei Quapo habe ich ein Set und bei Garadus auch. Ich habe die drei Holos. Und du musst mir eine jetzt. Ich finde schon, du hast ja schon eigentlich recht stabile Karten. Aber deine wegnehmen. Da macht sich so eine Hulo nochmal ganz schick. Jetzt kommt mein Lieblingspart. Darf ich die nehmen, die ich möchte? Oder muss ich die nehmen, die ich am meisten möchte? Du musst die nehmen, die du am meisten möchtest. Kommt jemand auf dich zu. Jemanden, den du nicht kennst. Und er sagt, wähle eine von diesen drei Karten aus. Michi, ich will nicht. Ich kann dir das nicht antun. Ich weigere mich. Geht nicht. Carsten, quäl mich nicht. Mach es jetzt einfach. Ich weigere mich. Musst du. Ich muss das Reitschein nehmen. Es tut mir leid, Michi. Danke. Es tut mir leid. Glückwunsch. Hast gut gezogen, Carsten. Saustark. Ich will nicht. Hast gut gezogen. So geil. Das Reitschein ist echt geil, Mann. Ich fühle mich schlecht. Das macht sich richtig gut in deiner Sammlung. Ich fühle mich schlecht. Such ein Opening auf YouTube aus einem Display, wo alle drei Starter rauskommen. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Vielleicht ganz selten. Und dann zieht Carsten alle. Wahrscheinlich wurde das nicht gestreamt. Ich kann da nicht hingucken. Max ist so ein... Alter, ist das geil. Guckt euch an, was Carsten hat. Er hat nur das Bisa Knosp bekommen von Michi. Nur das Bisa Knosp. Klurak plus Set. Krank. Tourtalk. Set. Krank. Alles selbst gezogen. Aus zwölf Boostern. Carpa do Garrado Set. Aus zwölf Boostern. Alles selbst gezogen. Quapo. Komplettes Set. Alles selbst gezogen. Aus zwölf Boostern. Digga, das ist krank. Das ist krank. Das ist krank. Durch Michi sein Bisa Knosp. Ja. Weil er mir das geschenkt hat. Hier noch das Set aus Bisa Flor. Und ich habe, glaube ich, vier oder fünf Pikachos. Noch das Bisa Flor selbst gezogen. Außer das Bisa Knosp. Ich bin kurz auf Toilette. Ich kotze einfach. Okay, mach das. Bitte schwimm nicht zu weit raus. Pass auf dich auf. Und noch ein Zapdos. Einfach so noch. Legender. Als i-tüpfelchen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Unglaublich geiles Event. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es war so geil. Super gerne. So geil. Dankeschön. Warst du auch gerne dabei mit? Ich war sehr gerne dabei. Trotzdem ein geiles Event. Das muss man sagen. Er klingt ein bisschen schwach. Jetzt schön was es, danach geht es dir wieder gut. Lecker essen. Schön lecker essen. Schön lecker essen. Eine XXL Prise Salz. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke nochmal an Level Up. Wir sehen uns morgen im nächsten Stream. Und euch noch einen schönen Abend. Dort rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.